Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Informationsvideo und heute geht es um den Kanal und mich. Und zwar habt ihr vielleicht schon gemerkt, dass von mir in letzter Zeit gar keine Videos kamen. Das liegt einfach daran, dass ich zur Zeit viel mit Schule zu tun habe, oder ziemlich, ja genau gesagt, sehr viel mit Schule zu tun habe. Und daher keine Zeit für YouTube habe, da ich für Arbeiten und zu lernen muss. Und ja, das wird dann halt, ab den Weihnachtsferien werden wieder ganz normal Videos von mir kommen. Und ja. Das zweite Thema ist, dass es ab morgen ein Weihnachts-Special geben wird. Und zwar ist das ein Gewinnspiel, wo ihr bis zum 24. jeden Tag was gewinnen könnt. Und die Auflösung ist dann halt am 29. Dezember oder so. Genaueres werdet ihr morgen sehen. Und zur dritten Sache. Das hat jetzt ein bisschen was mit Basti zu tun. Und zwar möchte Basti oder macht Basti dieses Spark-Projekt nicht mehr weiter. Ihr solltet vielleicht wissen, was das ist, wenn ihr den Kanal ein bisschen verfolgt oder die Videos guckt. Und dann haben wir uns überlegt, dass er vielleicht mir die Welt gibt, dass ich dann weitermachen kann, wenn ich wieder Zeit habe. Und ja, das war es eigentlich. Kurz und knapp. Und nochmal ganz kurz zusammengefasst. Morgen ein Gewinnspiel oder ab morgen ein Gewinnspiel. Ich mache ab Weihnachten wieder Videos. Und ja, okay, das Gewinnspiel mache ich zwar auch, aber da brauche ich jeden Tag nur drei Minuten oder so zu für. Und das kann ich dann auch mal machen. Und drittes Thema Spark-Projekt wird von mir weitergemacht wahrscheinlich. Und ja, dann sehen wir uns morgen oder in den Kommentaren, wie man es nimmt. Und ja, ciao Leute. Bis zum nächsten Mal.